Jetzt kommt ein ganz wichtiges Video, das solltest du auf keinen Fall verpassen, denn ich werde dir in diesem Video eine sehr wichtige Information geben, die dein Leben verändern könnte. Du kannst es schaffen, ein wohlhabender Mann oder Frau zu werden, ohne zu arbeiten. Dazu müsstest du jetzt noch weitere zwei Minuten oder eine Minute dieses Video gucken und dann sind wir fit. Ich habe es jetzt geschafft. Die Technik macht es möglich. Ich musste nur die Streamlabs App deinstallieren und dann neu installieren und dann konnte ich mich endlich mit dem anderen YouTube-Account-Kanal einloggen. Und jetzt finden die Livestreams auf meinem anderen Kanal statt, den ich hier unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Und da solltest du auf jeden Fall raufkommen und dann kannst du den Kanal abonnieren. Diesen Kanal solltest du natürlich mit der Glocke abonnieren. Dann diesen Kanal hier von diesem Video brauchst du nicht mit der Glocke abonnieren. Du kannst ab und zu mal auf meinen Kanal gucken. Das ist jetzt nicht so wichtig, wenn ich gerade ein Video runtergeladen habe, dass du das sofort guckst. Das kannst du auch eine Woche später machen oder was. Aber die Livestreams ist natürlich so, das solltest du nicht verpassen. Da kannst du natürlich dann auch sagen, pass mal auf Robin. Dann, wie sieht es aus, ich will auch so eine McDonalds-Fastfood-Kette haben. So, in der Art. Oder hier, pass auf, ich will ein Möbelhaus aufmachen. Ich will krass irgendwie, ich will ganz dick ins Geschäft. Ich will Ikea Nummer 2 werden, McDonalds Nummer 2 oder hier sonst was. Das sind jetzt gerade meine zwei Themen, die ja primär bei mir gerade so ein bisschen im Gange sind. Deswegen kam ich da gerade drauf. Also, reingehauen auf einen anderen Kanal, gehen und gleich schon mal abonnieren und Glocke einschalten. Nicht vergessen, weil live is live. Na, 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 na. Bis dann.